Okay, wir machen jetzt den Heubrater. Hier liegt das gute Stück. Drei Kilo Schweinenagel. Der Topf ist schon vorbereitet. Der Butterschmalz ist schon drin. Und jetzt wird der Brater gewürzt und kommt dann in den Topf. So, und jetzt kommt er in den Ofen, wird scharf angebraten von allen Seiten. Okay, das Stück Fleisch ist angebraten ringsum. Das holen wir jetzt aus dem Topf raus. Ich lege es erstmal zur Seite, frage dann das Wurzelgemüse an und dann kommt er in ein Heubeet. Jetzt wird es noch abgelöscht mit Madeira. Und wie üblich, in der Kochhafen kommt immer eine Handvoll Heu. Und so warten wir jetzt mal zwei Stunden ab. Eineinhalb Stunden. Und schauen wir, was rauskommt dabei. Bis dann. Zweieinhalb Stunden sind vorbei. Ich musste den Topf oft öffnen, um zu zeigen, was da drin ist. Ich bin jetzt gespannt, wie es aussieht. Wir holen den Brater raus und bereiten dann noch die Soße zu. Oha! Ah, zwei, drei, natürlich! Wir kommen Sieger. Kevin, was meinst du? Geil! Soße wird jetzt ein bisschen mit Speisestereien gebunden. Perfekt! Soße wird jetzt ein paar Minuten spügel! Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Herzlichen Dank. Jetzt kommt ein bisschen, wenn der Deckel aus dem Moment kommt, Die Diane betrunken muss ich immer wieder. Wenn immer noch ein paar Minuten stets und eine Generation nutzt, ich bin ein bisschen drastisch. Ich bin immer wieder ein bisschen zu essen und das in die Zeit. Aber wird ja genau das noch nicht vorbeizierte, denn die Leute, ich bin sicher, ich bin gespannt, erst mal, bin ich wieder zu sehen. Aber jetzt, ich bin verdacht an, ja, und wie immer wieder zu sehen. Nochmal, aber ein paar Minuten, bis jetzt, was ich Mist,